Geh mal hin, auf! Die ist bestimmt noch wach. Die ist bestimmt nicht mehr wach, Alter. Wieso? Es ist nur wieviel Uhr? Es ist nur 2. Halb 3. Na und? Die ist wach, geh mal hin. Wir kennen die doch alle. Die ist nachtaktiv. Wieso? Wieso, Alter? Wisst nicht, wirst sie nicht klar machen. Wisst nicht, einer soll ich schon in ihr Tetrapack fallen. Jäger, zu röcheln in Tetrapack. Verstehst du? Röcheln in Tetrapack. Das ist Simon. Faust machen. Was ist los? Nein. Doch, Klammern aber. Aber jetzt nicht. Da komm, ey. Ficken geht immer. Lafche. Heißt immer. Jetzt check das mal, wie Frauen denken, Alter. Wie denken die? Nicht so wie du. Nicht so? Ich glaube, ich komme aus der Arme, Alter, wie Frauen. Doch. Das glaube ich auch. Brian besitzt selber 2 Rolexe. Weißt du, wie die im hinterher rennen? Überhaupt nicht. Frauen stehen auf Geldkurve. Ey, glaubst du, dass das Rolex hinterher rennen? Nur weil sie angeschweißt sind, oder? Ja. Kurva, ich habe iPhone. Ich bin damit gestern im Zack gewesen. Wahrscheinlich mit die Walpers hinterher gerannt sind. Gestern Mal war nichts im Zack los. Doch, doch. Gestern Mal war es im Zack los. Ich war bis 2 Uhr da. Was meinst du mir gestern? Gestern Donnerstag. Gestern ist Donnerstag gewesen. Heute mal Freitag. Sie? Warum bist du nicht heute gewesen? Heute war... Und wo sind die ganzen Weiber hier? Brian oder was? Ich? Ey, Kurva, ihr habt vorhin gefickt. Aha. Und wo ist sie? Hä? Auf der Lette liegt die Seite und ist eher Chef von ihr. Warst du so schlecht, dass ihr nicht hierher kam? Die richtigen Tussen, ja? Die verbringen echt die ganze Nacht mit dir, ja? Ja, und jetzt? Ohne Scheiß. Und ich habe die in 5 Minuten ins Nacht gelegt. 5 Minuten Terrine. Ja, wenn du in 5 Minuten kommst, dann kann ich die auch nicht kippen. Ey, wo ist eine ganze Suppe, wenn du ohne 5 Minuten Terrine haben kannst? Ja, warum nicht? Welche Suppe? Du kannst die ganze Nacht genießen, ohne 5 Minuten zu verschwenden, oder? Ey, Alter, meinst du, ich komme in der Nacht 6... Meinst du, wir bleiben bei einer? Du kannst die ganze Nacht genießen, ohne einmal zu kommen. Das ist viel zu romantisch. Meinst du, wir bleiben bei einer? Ich weiß, ich kann euch sein. Die Chance, du musst, du musst einfach Schwanz rein, ey. Ey, f*** dich, die Scheiße! Ja, Mann! Ja, was? Das hat so zu Hause, ey. Zuhause! Ja! Wir sind noch nicht zu Hause. Zuhause! Ich kann außer für das Reflex. Das Reflex. Piche, Mann. Brian. Ich bin Kuro, der wusste nicht wahr. Ja! 100 Meter davon entfernt, Mann! Ciao! Weißt du, wie du dein Ruder? Ja! Manuel heißt er, gell? Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Ey, Brachko! Geh schreien jetzt, ich geh auch an. Schaff, komm, schaff. Ich weiß nicht, Brachko. Wie heißt du, Simon? Simon. Simon oder Simon? Simon. Wie willst du gerade sagen? Simon will schreiben. Jetzt reden wir eins, Alter. Hm? Ja, Simon oder Simon? Ich höre Simon. Simon. Sieh ich? Simon? Aber ich habe euch gesagt, La Bottega ist ja in der Cousine nicht dummer, ja. Die hat sich und eine Freundin gefückt, ja. Du kennst diese Jessica. Ja, darüber reden wir schon zum vierten Mal, Alter. Ja, ich weiß, ist mir auch scheißegal. Ja. Ja, okay. Das ist halt lustig. Weißt? Das sind wir nicht gewohnt. Warum ist das lustig? Weil das ist witzig, ist. Weil es mich dreht. Wir haben schon getrunken, genau so wie du, Simon. Ich weiß. Aber du kennst mich getrunken nicht, ne? Doch! Ja, Alter, darum würdest du es ja auch nicht sagen, oder? Was sagen? Ja. Ja, stimmt. Ja, also, wir müssen... Ey, Simon, wir pack uns, gell? Komm gut nach Hause. Wir müssen heim. Du hast dich blödes, hier mit der Jessica zu bleiben. Ich geh dir jetzt nicht ficken, sonst nix. Ey, Kurva, das Auto, ey. Das Auto... Achtung! Autsch hier! Ey, Kurva, sag doch doch! Ey! Ey, lass mich hier los, du im Kopf, ey! Ey, du hast gesagt... Bist du schwul, oder was? Ich muss morgen in Arbeit. Wir haben wieder verletzt. Ich hab doch Ciao gesagt. Ja, Ciao, dann gib normal Hand, Kurva. Ja, Mann, hab ich doch gemacht, oder was? Wie normaler Mensch, du hast mich zusammengepresst. Ja, du...